ja hallolüchen und herzlich willkommen ja bei minecraft und zwar minecraft anders wir spielen die 1.8 aber wir kehren wieder zurück mit meiner frau zusammen in die minecraft in love reihe die was sie ja schon vor einigen zeiten gestartet haben gestartet haben leider habe ich den spielstand nicht mehr wir fangen neu an macht aber nix denn minecraft ist ja dafür da und in der letzten ding die letzten paar folge weichern noch nicht allzu weit also macht es ja eigentlich nichts aus so hallo schatz erstmal hallo bitte in der nähe bleiben wir schauen wo wir hier sind und so wie es ausschaut schaut sich hier schon mal gar nicht so übel aus da drüben ist eine insel schöne sächen weil wir auf der insel unser erstes haus bauen ja da bin ich dafür wenn man mit rüber da das ist ja schon mal cool alles grün außen rum schweine gibt es also für futter das auch cool so dann schauen wir doch erstmal das mal kleines häuschen bauen also alles am ding weg ich habe schon was abkackt auf der anderen seite machen wir schnell gleich mal ich höre irgendwo ein zombie oder ist eine höhle unter uns das kann sein das ist ja jetzt mal auf die baue jetzt gleich mal paar äckste und schauen wir hin halt ein paar habe ich gesagt so dann hast du eins zwei hier kannst du nehmen halt dankeschön genau da muss noch eine verdächtigen ja die hast du wieder genommen glaube ich jetzt müsste naja nein immer noch nicht was bleib einfach mal stehen bleibt stehen wieder du bleib stehen nein stehen bleiben bleibt auch stehen an der kiste geh an die kiste ran es war schmeiches jetzt weg und da hast du es jetzt so dass die die stick ist und das holt schmeich wieder raus gut gut so ich danke dir ja dann baue ich jetzt kleiner schaufeln das mit glas dann packe ich schon mal oder ja alle bäume mal hier weg weil dann kann man nämlich hier unsere erste hütte bauen da ist ganz schönes gebrummeln unter uns ja das mag es sein also kann ja ruhig sein wir müssen schauen dass da nirgendwas eröffnung ist wo es dann runter geht die müssen wir dann zu machen habe ich jetzt noch nichts sehen unter uns ist ja so gesehen jetzt erst mal egal ob wir haben hat die erste nacht bei hausung du reißt jetzt hier das ganze holz ab und ich schaue mal schnell im umfeld ob ich irgendwo schafe sind für für das bettchen alles klar machen wir mal schnell noch ein schwert aus holz genau so und dann schaue ich mal aber da irgendwo was finden ich gehe mal schnell schauen wir schon darüber ich bleibe hier ja ja ich ja unter uns alle oder zombies also schaffe sehr gut muss ich ja gar nicht weit gehen ich hoffe dass genug da sind drei stück sehe ich jetzt wir brauchen sechs stück damit man schon mal die wolle haben für zwei betten als holz aus holz kann man sich keine schere bauen nein man braucht eisen ja so na das sind genug schafe das ist cool so schafe 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 tschuldigung aber ich brauchte eine wolle für das bettchen tschuldigung ich brauchte eine wolle für das bettchen die lassen ja jetzt die lassen ja bei 1.8 jetzt auch fleisch fallen das coole haben wir was zum essen noch zwei stück die anderen dass man daneben das ist nur nutzung so gut das habe ich die genau ich komme wieder zurück und ich sehe ich habe so ein lavabecken gerade gesehen sonst schlechter so was ich jetzt hier noch sehe ist sand nehmen wir gleich mal ein bisschen was mit für fenster also am anfang reicht ja weil wir haben also einen surfer und die sonne geht unter ich komme jetzt zur brücke bau dann gleich schnell zwei betten was ist die brücke zur insel ich hoffe wir schaffen das ich höre schon mal einen boden aus oder nein noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht aber ich höre schon zombies schatz ja ich würde mich mal ein nein du brauchst mich nicht einbuddeln weil du nicht weißt was unter dir ist ich brauche jetzt die zwei betten gut so dann 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 so du bist nun ja siehst du ja du buddelst dich nach unten das ist echt doof jetzt pass auf wir haben jetzt hier noch keine zombies jetzt pass auf 1 2 ja hier komm raus dreh dich um und jetzt nicht legen ja leg dich ins bett betten im berein wie cool das war eine kreuzung ist das und geht es natürlich dann zum bis das sind dann Prozent ganz zusammen machen weil das so sein kann dass die die stand im schlaf becken die ganze setzlinge und zweiter aufheben ja klar so du brauchst jetzt das ganze holz noch ab ah da ist eine Höhle darunter da unten unter uns ist eine Höhle da geht es rein nicht reinfallen ja machen wir die gleich mal zu ja warte mal ich fange jetzt nämlich eh an hier schon mal das ganze gerade zu machen damit wir schöne fläche fürs häuschen haben und du machst das ganze ding weg oh ich frage wieder den Hackel ja warte hier ich hab noch danke dir jetzt abbauen ja das Samen finde ich auch schon für Weizen cool kann man Weizen auch schon mal anbauen ob es schaufeln perfekt wird die setzlinge alle aufheben und auch die Äpfel äh äpfel sind jetzt noch keine runterfallen aber ja klar aber wenn ich mir draus eine runterfällt das war hier schönes häuschen und dann verbinden wir die Insel mit einer Brücke aufs Festland drüber und dann erkunden wir mal alles cool fackeln setzen und so das hört sich nach einem guten Plan an ja und bauen auch immer Wege so dass man den Weg auch immer finden ja immer so Stück für Stück wir haben halt unter uns jetzt die ganzen Zombie Geräusche aber das ist ja egal erst mal so jetzt muss ich wieder schaufeln bauen pass auf ich baue auch gleich mal eine Kiste da wo du dann das Holz reinschmeißen kannst dann zwei Stück ich stelle mir jetzt erst mal hier hin jetzt brauchen ich wieder eine Schaufel 1 und stopp 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 wir müssten es erst mal reichen kommt zurück hey jetzt auch gut so bin ja gespannt weil wir müssen nämlich jetzt dann auch schauen äh dass wir irgendwo Coppestones herkriegen ja dass wir einen Ofen bauen können Wege Glasscheiben und so und da ist ja unter uns ist ja die Höhle vielleicht sollte ja ich weiß nicht ob ich da jetzt schon runter gehen soll nee ich würde sagen wir bauen uns runter wenn wir die Verbindung vom Festland machen Fragezeichen ja mal schauen dann schauen wir erstmal dass wir uns hier häuslich einrichten und da ist ja auch cool wir müssen da weiter zusammen fünf Stück haben wir jetzt reingehend ich habe vier Stück dann kann man dort wenn noch was anbauen dann also die videos waren immer 15 minuten lang wir machen auch kein cut dazwischen also wir lassen einfach durchlaufen wir zocken einfach mal drauf zu und dann täglich gibt es ein video so gut jetzt haben wir hier frei dann muss jetzt gleich mal eine hake so dass man so keine äpfel gefunden ja jetzt muss jetzt glaube ich war das erstmal weißen da ist es runter gegangen ja da wo erde zwischen sand ist ich habe mir die erde zugemacht ja gut jetzt machen wir erst mal ich glaube ich eins zwei drei vier fünf sechs sieben ich mache dann bretter aus dem holz gleich bretter was heißt bretter tut jetzt mal überlegen was sind das für geräusche was damit drin sind in meinem dinge mal texturen pack jetzt mal auf wollen wir wollen man eingang hin haben in die richtung oder in welche richtung ist und eingang haben wahrscheinlich die eingang ich weiß nicht ob sind macht zum wasser vielleicht ja wir haben nur wasser außenrum ich habe es immer so gemacht dass ich nach alle richtungen eingegeben macht wenn wir brauchen jetzt erst mal nur alles hier türen jetzt pass auf ich brauche jetzt erst mal bretter gut so dann haben wir hier man muss jetzt mal schritt für machen ich mache auch mal stickies noch mal da haben wir hier noch birkentüren sind weiß wenn man das birkenholz benutzt ja so machen wir hier die türen hin doppeltür gut so seine druckplatte schnell machen ja kannst du zwei machen aber dann innen rein so jetzt müssen natürlich schauen dann wird hier würde ich sagen schlafzimmer das heißt wir brauchen 1 1 2 1 genau und hier geht wieder so gehen wir mal da lang natürlich wird das haus noch größer wir bauen jetzt bloß am anfang schnell so dass wir zumindest schon mal ein ding haben ein ding haben dann dann noch eins dann 1 2 3 3 ja jetzt muss das zeug dann weg 4 und dann so jetzt ist er auch nicht 1 ich brauche noch mehr ich mache jetzt das mal weg hier dann müssen wir das zeug dann alles einsammeln was er drin ist so ja nein mein texturen pack hat saumäßig verschiedene töne in sich das höre ich zum ersten mal alter Schwede es ist es ist ich es